So, wollen wir uns mal richtig schön reinkübeln und dann rülpseln wir mal in die Fresse voll. Weiter kübeln. Kübeln. Mir geht's ziemlich schlecht. Jubeln. Doch nur die rein Selbstdarstellung, super. Hm, zu wenig. Na kipp, mir noch weiter. Und noch einen. Okay. Naja, labern nicht so viel Scheiße. Ich geb mir mehr die Binde als du. Sieht doch noch ordentlich besser aus dabei, wenn ich mit dem Kippe. Und immer weiter bechern. Be-be-bechern. Der Kopf wird schwer. Die Ohren leicht. Der Boden da sieht so schön weich aus. Tja. Gleichvoll, aha. Das war noch nicht alles. Begrüßt unsere krummbeinige Krake. Grana gleichvoll. Genug gelabert. Jetzt geht's um den Sieg. Keine Ausflüchte. Keine Gefangenen. Wie sie so steht in irgendein Tigris von Dufu Panda. Kopf in den Nacken sprudeln lassen. Komm mal weg, die Scheiße. Immer zu, immer zu. Weggetrunken bist du im Nu. Komm, holen wir jetzt mal zu Boden. Boots. Ja. Gar nicht. Atmen. Locker. Ich kipp dir alles in den Tisch. Ich hau dich so weg. Becher ruhig weiter. Ja. Gibt's gewirkt? Gibt's doch nicht. Aber das hat was gewirkt. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Das ist auch nicht so anstrengend sein kann. Mies. Jubelt mit mir. Gehe. Wie ich sie wegballere. Na bitte übel. Du kannst auch nur trinken. Mehr kannst du nicht. Du blöder hässlicher Char. Ja. Ich trink dich so unter den Boden. Unter den Tisch meine ich. Um das gleiche raus. Das hält die Tuste sich auch noch. So was mal prallen. Dann kippen uns noch mal ein und die Binde. Und jetzt. Bäh. Getrunken. Tja, gut ne. Immer schön weg damit. Ein Glas nach dem anderen. Und batz. Ja, wie schmeckt dir das? Immer nur kippen und kippen und kippen. Mir macht das nix. Ich bin ein Dieb. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Ich weiß, wie man einen Trinkwertstreit gewinnt. Du jedoch, du stolze Char in deinem Pfarrer. Du kannst mir nix. Du kannst gar nichts. Vielleicht zu mir bist du ne Null. Siehst du. Du kannst gar nichts. Ich dagegen trinke dich in Grund und Boden. Char. Super. Mir geht's. Super. Char. Bein Klabauter. Was ist jetzt mit der Wette? Kohle her. Na schön. Ich geh und hol euer Gold, ihr quiekende Landratte. Also hört mal her. Während ihr am Schlucken wart, hab ich Demi gefunden. Sie ist drüben, jenseits des Wassers und wird schwer bewacht. Ihr hattet also doch einen Plan. Außer mich volllaufen lasse. Aber klar hatte ich einen. Was hab ich euch gesagt? Vertraut mir. Jetzt bin ich überhaupt nicht mehr nüchtern. Mach schnell. Ich brauch nicht. Ich brauch nur ein Bett. Jetzt bin ich total so offen. Egal. So, wo muss ich überhaupt hin? Das ist die Wand. Das ist falsch. Das ist ouch. Ich bin so ein bisschen orientierungslos. So, wo läuft denn der fette Char hin? Warte mal. Folgen wir mal. Ja, das ist wahr. Ich will nicht. Wieso hast du so drei Augen? Das ist, das ist komisch. Nur fünf Hörner. Ja, ich bin nicht besoffen. Ich bin nur ein klein bisschen angetüttelt. So, das ist Wasser. Ich geh mal baden. So. Blub, blub, blub. Oh, da sind Fische. Wo sind Fischis? Fischis, Fischis. Oh, ist das ein Schatten? Wo bist du? Wieso wartet der da hinten? Ich dachte, wir wollen jetzt jemanden retten. Ist das ein langsamer Char. Ja, genau. Wasch dich mal. Du stinkst schon. Blub, blub. Ich bin ja nur ein bisschen angekühlt. Komm her, du Char, Freunde. Freunde. Wir sind Freunde fürs Leben. Denn wir haben getrunken. Juhu. Und hoch die Treppe. Sind das Schachfiguren? Ich will jetzt Schach spielen. Komm her, du Char. Du bist mein König. Hallo. Jackdor Pirat. Ich will die Königin retten. Juhu. Ich will winken. Hallo. Ich bin der Käpt'n. Wasser und das ist Schnapsi-Schnappmesser. Ja. Ich lass euch Kiel holen, bis das Wildschwein quinkt. Weil das ein Kiel-Schwein pfeift. Äh, das, äh, das, äh. Mach die Tür auf. Ich will da rein. Ich lass später. Leute, Ratten an Bord. Schnapsi. Ich bin nicht Schnapsi. Ich bin betrunken. Ist da draußen jemand? Du hast das auch richtig verstehen. Du musst ja auch zuhören. Ich bin Schnapsi, das Becherchen. Ich bin kein Krokodil. Da sind noch mehr Schnapspiraten. Kommt, ich hab mich alle unter den Tisch gesoffen. Ihr seid genauso blau wie ich. Guck mal, ich hab verfehlt. Scheiße. Es kommt davon, wenn man mich besoffen macht. Ja, komm. Aber ich kann trotzdem noch besser kämpfen als ihr. Ihr Schnapspiraten. Ja, Tür auf. Hallo. Seid ihr nicht zu nüchtern für Piraten? Nein. Hört mal, wir sind von Orden der Gerüchte. Wir kommen, um euch hier rauszuholen. Ja, wir kommen hier. Wir sind hier, um mit euch durchzubrennen. Und mit dem Bier. Das Bier ist schon weg. So seid jetzt ihr dran. Ja. Der Göttin Lissa sei Dank. Ich dachte schon, der Orden hat mich vergessen. Ja. Habt ihr einen Plan, wie ich zu reden rauskomme? Nein. In etwa. Fängt an mit Lauft um euer Leben und dann geht's mehr oder weniger bergab. Also los. Genau. So Schönheit. Halt ich nur mich. Ich weiß, was ich schuhe. Wenn ein Teil eines Plans funktioniert, dann halte ich mich gerne weiter. So. Hallo. Ich rette die Piraten. Out. Uhu. Fangt mich doch. Ich sterb. Weil es alles dreht sich. Wie nicht. Hilfe. Einfach mal auf Metzeln. Juhu. Ich hab's geschafft. Juhu. Ich hab's geschafft. Ich werde Demi zurück zur Basis in Löwenstein. Ist das mit mir? Muss ich das ausnüchtern? Ja. Ich leg mich mal hier ins Gras. Ich glaub, das ist keine so schlechte Idee. So. Und dann sind wir wieder nüchtern. Und dann können wir hier nicht rausgehen. Mann, Mann, Mann. Das hatte ich nötig in Schlaf. War ja echt. Halleluja. War ich besoffen. So. Jetzt sind wir wieder erstaunlicherweise auf der Insel. Fragt mich nicht, wie ich hergekommen bin. Ich weiß es nicht. Das war so. Bäm. Und schon war ich hier. So richtig. Bäm halt. Echt schockierend. Durch die Luke. Es geht weiter. Findet in Ordnung der Gerüchte. Den Löwenstein. Sprecht mit Rausschmeißerin. Kinna in der... Oh. Taverne klingt gut. Ich muss wieder trinken. Es gibt kein Bier mehr auf Hawaii. Es gibt keinen... Wieso schießen die mit Kanonen auf mich? Ich bin doch nur halb angetüddelt. Naja. Eigentlich nicht mehr. So. Bapp, bitte bapp, 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 bapp. Oh, meine Schuhe sind kaputt. Yay. Noch 100 Punkte. So. Dann wollen wir doch mal zum... Ähm. In die Taverne. Und die schöne Debbie suchen. Oder Demi. Ist auch egal. Die wir befreit haben. Und Kekse kaufen. Wir brauchen Kekse. Definitiv mehr Kekse. Ich führe nur Waren höchster Qualität. Mir egal. Ich will Kekse. Apropos Kekse. Wie komme ich hier hoch? Warte mal. Da war so ein... Da hinten da... Irgendwo kann man da hoch. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das war, dann bin ich, glaube ich, gut. Ist das eine Brücke? Guck. Äh, eine Treppe? Ja. Gucke mal. Ops. So. Das sieht doch mal ganz gut aus. Yay. Ich bin oben. Raps gefunden. Wer hat's gefunden? So. Taps. 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 Taverne. Ich bin da. Stellt das Bier kalt. Hallo. Kinder. Willkommen im Krähennest. Wenn ihr was zerschmettert, wird Hauptmann Schmetter euch zerschmettern. Hettern. Hettern. Wisst ihr, wo ich ein paar Äpfel kaufen kann? Also. Für einen Char. Was? Was? Hat dieser Typ halt wirklich was übrig für Obst? Nicht? Wie auch immer. Geht hinein. Ihr werdet unten erwartet. Danke. Kekse. Kekse. Was ist er Kekse? Nein. Schade. Durch die Luke. Durch die Luke. Durch die Luke. In die Luke. Aus der Luke. Raus die Luke. Hallo. Ich bin's. Der Dieb. Der Dieb. Dieb. Tybalt. Ach, jetzt bin ich aber froh. Ich dachte schon, euch wäre etwas Schreckliches zugestoßen. Eure erste Mission und ihr verschwindet von der Bildfläche. Moment. Erste Mission? Ich dachte, ich sei neu hier. Na ja. Ich habe vielleicht etwas übertrieben. Beim Orden bin ich schon seit Jahren. Aber das war mein erster Einsatz im Feld. Ich bin Fürstin Vy. Ich bin Agentin des Ordens im Krytanischen Ministerium. Dieser wild aussehende Herr hier ist Ben Zehnstreich, mein Beschützer. Ich sollte Demi sicher aus Götterfels bringen. Aber die Ministerialwache hat mich erwischt. Ihr habt Glück, dass ihr noch lebt, Ben. Kaudekus ist ein mächtiger Mann in Kryta und gar nicht sehr erbaut, dass seine Tochter davon gelaufen ist. Wie hat Lenden mich gefunden? Die Ministerialwache kann mich unmöglich aufgespürt haben, so weit weg von Götterfels. Vermutlich hat euer Vater sich einen Verfolgungszauber besorgt. Gibt es etwas, das ihr niemals ablegt? Etwas, von dem er weiß, dass ihr es stets bei euch habt? Die Halskette meiner Mutter. Er verwendet sie, um mich zu verfolgen? Mein Vater ist eine kaltherzige Schlange. Diese Basis blockt solche Zauber ab. Aber sobald ihr sie verlasst, wird man euch finden. In Löwenstein seid ihr nicht mehr sicher. Dübald, Eingeweihter. Bringt Demi sofort zur heiligen Halle der Geheimnisse. Ich hab auch einen Namen. Dort ist sie sicher. Die Heimtücke eures Vaters könnte uns nützen, Demi. Wenn Kommandeur Landon dem Zaubervolks können wir ihn damit in die Irre führen. Sehr schlau. Besprechen wir also die Einzelheiten, damit wir Demi sicher und wohlbehalten hier wegbringen können. Ei, ei, Captain.